Hallo Leute, wir haben jetzt Mitte August und ich habe mich entschlossen, mal wieder in die Pilze zu gehen. Viel Spaß mit dem Film. Ich bin mal gespannt, ob sich jetzt was im Nadelwald getan hat. Ich gehe da einfach mal rein und dann gucken wir mal, ob hier Pilze stehen jetzt. Oh ja, hier sind schon kleine Perlpilze. Bei kleinen Pilzen muss man besonders aufpassen. Gut, die Verwechslungsgefahr mit Perlpilz und grauer Wulstling ist gegeben, aber wenn man auf das wichtigste Merkmal achtet, rosa Flecken irgendwo am Pilz, kann man sich nicht vertun. Ja und hier stehen auch die ersten Schwammpilze. Ich würde sagen Maronen oder Schonfüßchen. Ich werde mir die gleich mal näher besehen. Hier stehen auch zwei Perlpilze. In einer Kolonie Korallen wächst ein einsamer Maronenröhrling. Ja, vor zwei Wochen war im Nadelwald noch gar nichts los. Und jetzt kommen sogar die Pfifferlinge hier raus. Hier haben wir einen kleinen Hexenring von Lilla Pilzen. Gucken wir mal nach, was das für welche sind. Oh, oh, oh. Hier ganz deutlich zu sehen. Brauner Rand. Braun Sporenpulver. Das sind Haarschleierlinge. Die sind nicht so gut. Hier kann man unter dem Kopf gut den Haarschleier erkennen. Er wird sehr gerne mit dem Rötelritterling verwechselt. Und das ist wirklich nur anhand der Sporen und an den Formen der Lamellen zu unterscheiden. Ja Leute, ich habe noch zwei Leute getroffen, zwei Pilzsammler. Den nehme ich mal mit. Bei denen sieht es sehr mager aus in ihren Körbchen. Und wollen mal gucken, dass sie ihr Körbchen auch voll kriegen. Hier stehen also auch wieder ein paar Pfifferlinge. Diese Wegränder und Weghänge sind sehr gut für Pilze. Hier verstecken sich gerne Pfifferlinge und Maronen und Co. Ja, da haben wir die Gazelle dabei. Die schneidet da oben ein Maronenchen ab. Mal gucken. Ja, meine Exkursionsgäste sind sehr zufrieden. Sie haben schon ihre ersten Pilze. Ja, hier wächst noch ein kahler Krempling am Baum. Ja, hier haben die Wildschweine gewütet. So, und wieder ein Klass der Pfifferlinge. Ja, es macht Spaß, wenn man was findet. Ja, wenn man was findet. Ja, Simone. Ja, diese kleinen Tantenwälder hier. Ist aber immer noch nichts los mit Pfifferlingen. Da standen also gerade im Laubwald größere. Aber wie gesagt, hier wachsen wenigstens schon mal so ein paar Pilze. Ja, hier steht ein Bovisstjunger, Flaschenbovisste. Eine kleine Kolonie. Nehme ich mir mit. Die passen wunderbar ins Mischgericht. Das ist ein Rehbrauner Lacktrichterling. Das ist der Rehbrauner Lacktrichterling. Und da ist der Lilla, ne? Und wenn man die beiden dann nebeneinander Koks nimmt, ja, dann erkennt man, dass der eine hat ein bisschen Lillaner ist als der andere. Ja, bis jetzt lohnt sich die Suche ja wirklich. Also Pfifferlinge sind genug da. Scheidenstreiflinge. Ja, Maronen. Sieht gut aus. Das ist ein Grünling. Den lassen wir besser stehen. Ja, seid ihr zufrieden mit eurem Guide? Ja, ja, das war's. Yes. Hier haben wir wieder einen Laubwald. Laubwälder sind immer gut für Pfifferlinge und Scheidenstreiflinge und sowas. Ja, super. Das malt die Finderin. Eine Blindschleiche. Aus einem Holzstoken kommen hier Holzritterlinge gewachsen. Ja, also Pilze suchen, Pilze suchen muss nicht unbedingt anstrengend sein. Man kann es nicht einfach machen. Man muss nicht in den Wald rein. Man muss auch nicht so weit in den Wald rein. Und man hat trotzdem volles Kartoffeln. Kann man weitergehen? So. Ja, wir haben gut gefunden. Da steht noch ein Schönfüßrohrling. Scheiße, gut. Und mit so. Jetzt gehen wir so langsam hier wieder den Berg runter. So langsam wieder auf den Heimweg. Und da hat er noch einen Täubling gefunden. Ja, hier haben wir noch eine Stelle gefunden mit Maronenpilzen. Ja, die sind aber schon ziemlich old. Hä? Auch nicht. Also, besser in den Wald lassen. So, der Sammeltag ist wieder zu Ende. Wir haben gut gefunden. Und hier gucken wir mal hier in das Körbchen rein. Was da alles drin ist. Da sind also, hier ist ein Anischampion. Das sind von hier bescheiden Streiflinge. Das ist ein Perlpilz. Und die Lacktrichterlinge. Sehr, sehr lecker. Und da unten, da sehe ich noch ein Moor- oder Zitronentäubling. Bei der Sibone sehe ich Maronen. Da sehe ich Fichtenblutreizker. Fichtenblutreizker, Schusterpilze, Scheidenstreiflinge und auch leckere Sachen. Bei mir im Korb ist ein bisschen voller. Aber der Geit hat immer ein bisschen mehr. Ich habe sogar Birkenpilze dabei. Große Pfifferlinge. Und ansonsten war es ein erfolgreicher Tag. Seid wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, mit mir in die Pilze zu gehen. Ich wünsche viel Spaß mit den Filmen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.